Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge WRC 5 wir werden sagen weil alle guten Dinge in 3 sind fahren wir heute noch mal eine runde Wertungsprüfung und ich denke erstmal in der nächsten Folge fangen wir dann vielleicht mit der Karriere mal an hier und gucken wir mal wie wir uns dann anstellen aber so ist erstmal gut bis zum strecken kennenlernen also für mich zumindest muss ich erfahren habe zwar wie gesagt das spiel schon mal angespielt aber es ist nun mal ja schon ein Weilchen her Entschuldigung ich habe gerade was getan aber eben live und in Fahrrad so wir waren ja das Letzte machen wir den in Polen mit Polen in Polen so da gucken wir mal was wir jetzt haben jetzt fahren wir nach Finnland nach Finnland sieben Kilometer da gucken wir mal so Auto und Team so gucken wir mal wenn wir jetzt wieder haben fahren wir wieder fort so gut ist das Ukrainer blau gelbeiserbein nicht so auswählen ach Mensch haben wir da gerade das ist immer vergessen dass man dann hier oben zum starten drücken muss zum starten Schöne Landschaft nicht Schöne Landschaft Neste Eul Relief Finnland Na da können wir ja schon immer schon immer im Vorgeschmack ist es auf jeden Fall so das obligatorische Foto speichern so bequem hinsetzen also wie gesagt das ist eben so ein bisschen dass man eben so einen rollenden Beruhlstuhl hat hirsch und was brauchen wir dann anders vielleicht trägt jetzt mal Geld Schluss mit Quatschen in links 3 so auf rechts 3 in links 2 auf links 2 minus ein unter rechts 2 minus macht zu auf links 2 in rechts 5 in links 3 für links 3 kurz auf links 2 halten auf rechts 3 schneiden in links 2 plus kurz auf rechts 4 in links 3 kurz für Kuppe auf rechts 3 auf Kuppe rechts 3 rechts 3 schneiden und wenn das wieder Zeit das ist 2 dann geht es auf rechts 3 öffnet sich in links 2 plus lang auf rechts 3 kurz links 2 plus auf rechts 3 Lang Auf Links 5 Auf Rechts 2 Kurz In Links 2 Schneiden 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 Lang Meisternode Rechts 3 Wacht In Links 2 Minus Kurz In Rechts 2 In Gruppe Links 2 Plus Auf Rechts 3 In Links 2 Auf Rechts 4 Gefahr Gruppe Links 3 Für Erzweigung Links ab Zu Deu Können wir In Zeit 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 Für Rechts 2 Plus Wacht Zu Links 3 Sehr Lang Öffnet 2 Links 2 Plus Auf Rechts 2 Kurz Auf Links 2 Schneiden Auf Oh my god Auf Rechts 2 Plus Auf Links 5 Auf Für Links 3 In Rechts 2 Auf Links 2 Minus Lang Jetzt Jetzt hab ich mich mit rechts und links Was ist das Mist, dass mir die Daumen hat Auf Rechts 2 Minus Nicht steigen In Links 2 Plus Auf Rechts 2 Minus Halten Links 3 Auf Links 3 Rechts 3 Lang In Links 3 Auf Rechts 3 Links 3 Auf Rechts 3 Auf Links 3 Rechts 3 Links 3 Kurz Wenn wir mal wieder zur Straße zurückkommen Ich weiß gar nicht ob das Strafbitte geht, wenn wir zu weit abführen Auf Rechts 2 Auf Rechts 2 Zu 100 Links 2 In Links 2 Minus Macht Stark zu Auf Rechts 3 Kurz In Rechts 3 Minus Lang Für Rechts 3 Plus Lang In Links 2 Lang Öffne sich hin Spitz rechts In Spitz links Auf Links 3 Kurz Auf Rechts 2 Für Gefahr Erzweigung Rechts ab Auf Links 2 Schneiden Schneiden In Links 2 Kurz Auf Rechts 2 In Links 2 Minus Und Geschafft So Das Hätte ich jetzt nicht gedacht Das ist ja mal eine positive Überraschung sozusagen So Dann machen wir hier weiter So Und von welches land nach deutschland ins sauertal nur da du da gucken wir mal ob wir passende deutsche mannschaften dazu haben so auto intim Sebastian Jordan nennen französisch französisch Bonjour Monsieur so alle alle oder die ac rally deutschland da wollen wir mal wenn es mal wieder länger dauert wenn es mal wieder länger dauert so das obligatorische bei der Wertungsprüfung machen wir da mehr Fotos nein suche ich mir dann raus so da gehts dann mal los gehts dann mal los ja ja durch ich bin auf spitz rechts 30 links 2 auf rechts 2 minus lang auf spitz links auf rechts 5 auf links 4 kurz in rechts 5 macht stark zu rechts 2 in links 2 rechts links auf rechts 2 plus macht zu links 2 auf rechts auf lang auf spitz links in spitz rechts lang auf rechts auf rechts 3 minus auf auf links auf links links auf auf links auf rechts links auf rechts links links auf links auf links 1 1 1 1 2 Das ist ja ein Schatz. So ein schönes Kürbchen eigentlich. Manchmal mit links ein Problem. Das kann man immer wieder anders verstehen. Das kann man immer wieder anders verstehen. 30, rechts 3, wacht zu, rechts 2, los. Was ist denn so? Auf, links 2, Erzweigung, wacht zu. Das kommt ja gleich hier. Wacht, start, rechts 2, in links 2 plus. Öffne dich, in rechts 5, auf, links 5, durch, in, spitz rechts. Für Haarnadel rechts. Für links 3, sehr lang. Auf, links 3, und geschafft. Seine, da bin ich schon mal gespannt mit dem Geier. Mit dem Rumgemärchen, ja. Mit dem Rumgemärchen, ja. Gemärchen ist das. Ach doch, ne. Das hab ich schon mal fast gedacht. Aber bitte teerst das durch. Das gibt ihm wieder ein Gefühl der Sicherheit. Und da unterschätzen wir dann wieder. Dadurch, dass es nicht so sicher ist. Für ihre Sicherheit tun wir alles. Hm. Hm. Australien. Aus Australien. 5 Kilometer. Nicht das schauen wir. So. Wer fährt dort wieder? Fahren wir wieder Hyundai. Hyundai. Ne, da. So. Starten. Hyundai. Hm. Hm. Ja, ja. Die Rallye zog an die Ostküste nach. New South Wales. Und wechseln die zwei Jahre später nach. Ebenwohin. 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 So. Hey. Ja, wir fahren schon. Geht leile aus. Geht leile aus. Da drängeln gleich wieder. Geht leile aus. Los, los, los. Spitz rechts. Macht zu. Rechts. 2. Auf. Abweigung. Rechts ab. Auf. Spitz rechts. Für. Links 3 plus. Öffnet sich. Auf. Auf. Rechts 3. Auf. Links 4. Kurz. In. Rechts 3. Auf. Links 1 minus. Auf. 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 Gruppe. Spitz rechts. Auf. Spitz rechts. Links 2 plus. Lang. Nicht schneiden. In. Spitz rechts. Macht zu. Rechts 2 plus. Auf. Links 2 plus. In. Rechts 3 minus. Nicht schneiden. Auf. Rechts 5. Kurz. Bremsen. Abweigung. Links ab. Nicht schneiden. In. Gruppe. Rechts 2 plus. Auf. Links 3. Lang. Nicht schneiden. Für. Links 2 plus. Nicht schneiden. Eng. Öffnet sich. Für. Links 3. Für. Gruppe. Rechts 2 plus. Auf. Rechts 2 plus. In. Links 3. Öffnet sich. Gruppe. Spitz rechts. Für. Rechts 2 plus. In. Rechts 1. Für. Links 3. A4. Auf. Rechts 3. Macht zu. Rechts 2. Zapsch. Etwas unterschätzt. In. Links 3. Macht zu. Links 2 minus. In. Rechts 3. Nicht schneiden. Kurz. In. Links 3. Nicht schneiden. Wacht zu. Bremse. Spitz links. Kurz. Kreuzung. Links ab. Für. Spitz rechts. In. Kuppe. Wacht zu. Rechts 2 plus. Für. Links 4. In. Kuppe. Links 3 plus. Auf. Spitz rechts. Weiter geht. Für. Spitz rechts. Bremse. In. Links 2 plus. Auf. Auf. Rechts 3. Auf. Links 4. Auf. Rechts 2. Auf. Rechts 2 plus. Für. Links 3. Kurz. Auf. Rechts 2 plus. Macht zu. Auf. Spitz links. Auf. Auf. Rechts 3. Links 3. Auf. Links 3. Auf. Links 3. Lang. Süher. Rechts 2. Auf. Rechts 2. Auf. Auf. Rechts 3. Macht zu. Rechts 2. Minus. Ach, Jürgen, Mensch, die sind so wilde Rollen, die sind so. Die Straße weg. Abzweigung, links ab, auf, links 3, Führer, rechts, 2 plus, Halt hin, links 1 minus, auf, Kuppe, auf, rechts, 2 plus, Macht zu, rechts, 2 minus, hin, links 1, 80, rechts, 5 plus, auf, links 5, 50, Vollgas, und geschafft. Oh, das war, was wieder anstrengendes Streckchen, du. Oh, erster, das ist immer komisch, immer wenn ich denke, wir haben es nie, dann erster. Naja, das ist doch nicht schlecht, ist das doch nicht. So, du, machen wir einen noch, einen machen wir noch, einen machen wir noch, so, zum Abschluss, das ist die letzte Wertungsprüfung, bevor es dann ernst wird. Bevor es dann ernst wird. So, schauen wir mal. So, und wo fahren wir hin? So, starten wir mal. Ich bin gar nicht nervös, nein, überhaupt nicht. Ganz, die Ruhe in Person. Über 10.000 Kurven, aha. Auf vielen Richtungswechsel, ne, da haben wir uns jetzt was vorgenommen. Da haben wir uns jetzt offensichtlich was vorgenommen. Los, los, 80, rechts, 3+, und das mit der Terraschstraße, das mit der Gefährdung. Links, 3, kurz, in rechts, 4, minus. Der Gefährdung, 3, minus, in rechts, 3, minus, in rechts, 4. Für links, 4, minus, auf Absweigung, links, 1, plus. Für rechts, 1, lang. Für links 3 Für rechts 3 Macht zu in links 2 plus Für links 4 In rechts 3 Halten in links 2 plus Lang Auf rechts 4 Auf links 3 plus Für rechts 3 minus Kurz in spitz links Auf links 2 minus Auf rechts 3 Kurz Auf rechts 3 minus Halten in spitz links Auf spitz rechts 30 Links 1 plus Auf spitz links Auf rechts 3 minus Auf rechts 3 plus In links 4 minus Bremsen auf links 2 Kurz Für rechts 3 Bremsen auf Abzweigung rechts 1 plus Für spitz rechts Für rechts 3 Macht zu auf Kuppe links 2 Kurz Bremsen in spitz links 2 plus Für rechts 3 plus Für rechts 4 minus Macht zu in Vorsicht Links 3 Macht stark zu In spitz rechts In links 3 Auf rechts 2 Kurz in links 2 Bremsen auf Abzweigung links 1 plus Für rechts 2 plus Für rechts 2 plus Lang halten in links 3 Lang Für rechts 2 Kurz in spitz links Für links 2 plus Kurz Für rechts 2 plus Für rechts 3 plus In spitz rechts Für rechts 3 plus In spitz links 3 minus In links 3 plus In spitz links 3 plus Vollgas Für Kuppe links 4 Kurz in rechts 4 Auf links 4 minus In rechts 3 Bremsen auf Abzweigung links 1 plus Halten Halten Habe ich schon jetzt gemacht Habe ich schon jetzt gemacht Habe ich schon jetzt gemacht Scheiße Das schwächt jetzt Oh Das ist jetzt Mensch Lief zu gut Es lief zu gut Auf Spitz links In rechts 3 Kurz Für links 3 minus Kurz Auf rechts 2 plus Für Vorsicht Haarnadel rechts Auf Spitz links Fünfzig Vorsicht Links 2 Grenze In Haarnadel links Fünfzig Haarnadel rechts Schüssig Links 3 Kurz In links 4 In rechts 3 Plus Habe ich schon Faxen So und der Handstraße Zähne In den Vorfurt beachten Oh Und das Schneiden Oh Gott Jetzt also Zum Schluss Jetzt kommen wir Das ist nicht schön Auf Spitz rechts Und Geschafft Es war jetzt Nochmal Gegogt Zum Schluss Oh Oh Trotzdem Erster Verdient naja, sagst ja nicht nein, nehmen wir ja gerne mit ja fortsetzen ja meine Lieben so ist das wieder für die Folge gewesen sein, ich denke die Wertungsprüfung lassen wir und dann fangen wir dann fangen wir dann mit der Karriere an und gucken wir mal wie wir uns schlagen, wie ich schon mal gesagt habe erst so wahrscheinlich so durchfahren wie es wirklich ist und dann gucken wir wie wir am Ende dastehen, als wenn wir alle rennen, zigtausend mal wiederholen, bis wir dann wirklich der Erster sind, dann macht es ja bei so einem Spiel denke ich dann kein Spass oder, da will man ja eigentlich sehen wie gut man ist, ob man sich dann steigert, ja, wenn man dann von WR zu WRC6 wechselt, ja, wenn man das Spiel durch hat und dann noch WRC7 gibt es ja auch noch muss man dann gucken, ja denke ich ja meine Lieben, ich hoffe es hat wieder ein bisschen Spass gemacht, danke fürs Zuschauen und sage wie immer bis zum nächsten Mal, tschüss euer Heinz das